War schon immer mein Lieblings-Spot. Ich meine, er wäre natürlich schlauer, wieder da runter zu gehen, ne, eigentlich. Aber das ist mir eigentlich... Ja, ist mir zu gefährlich. Ist mir zu gefährlich. Hier ist aber auch überall. Komm, wir gehen mal ein bisschen auf Abstand. Hier hat man eigentlich oft seine Ruhe. Deswegen sehe ich da jetzt eigentlich keine Probleme. Die Waffe ist natürlich wieder kompletter Müll, aber brauche ich erst mal. Ich nehme erst mal alles mit. Sie sind unten auch kein Laufen, ne? Ne. Oh ja, Baby, 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 Baby. Geiler Scheiß, ey. Das ist natürlich richtig geil. Der hat komplett in meine Waffe reingeguckt. Okay, blauen Bogen haben wir schon mal. Wir sortieren noch gleich mal ein bisschen aus und räumen gleich mal auf. Aber ich muss erst mal noch ein bisschen Stuff rankriegen hier. Schöne Geschichte. Hier ist gar nichts. Blöden Fische interessieren mich nicht. Okay, gut. Ich glaube, wir haben hier erst mal unsere Ruhe. Muss ich ehrlich sagen. Ich nehme mich mal stark von aus. Oh ja. Ach guck mal, das ist gut zu wissen, dass die Fische auch wie, sagen wir mal, die Hälfte von dem Bigness sind. Aber hier ist keine Action-Maction, ne? Das ist halt wichtig. Ne. Da drüben ist auch keiner in Machtstress. Ich glaube, ich bin noch mitten in der Zone, ne? Kann das sein? Ja, perfekt. Mittendrin nicht, aber... Oh ja. Da nehme ich mal. Ich bin noch bei 90. Ich lasse es einfach mal. So, jetzt können wir mal kurz hier aufräumen. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ja. Ich will überlegen, ob ich den Bogen mitnehme, weil ich finde, der Bogen ist schon OP. Kannst du aber sehen, da liegen überall Bögen rum. Bögen, Bogen, Bögen, Bogen. Ich werde hier auch mal, solange hier kein Mensch ist, hier mal ein bisschen abbauen. Okay, können wir direkt mal wechseln hier. Können wir nämlich direkt mal, äh, den hier machen. Okay, ich bin immer noch in der Zone. Ah, Träumchen! Dann können wir hier ganz entspannt weitermachen. Oh, was haben wir hier? Eine Pumpe? Hm. Kann das natürlich sein, ah, ne, ich komme mit der Pumpe besser klar. Da war zwar noch eine Kiste, aber die lassen wir einfach mal. Falls sich nämlich jemand daran erfreuen möchte. Kleiner Saftsack. Digga, was ist die denn? Ach, komm, 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 komm. Das war wieder mal komplett für den Arsch, ne? Ich wollte es unbedingt mit dem Bogen richten. Ganz ehrlich, ich wäre da nicht so lost gewesen. Ich hätte sowas von abgelost. Das ist mein Glück gerade hier. Das glaube ich gerade alle so denken wie ich und wieder eine neue Season beginnen. Und die letzten drei Seasons wahrscheinlich nicht gespielt haben. Deswegen habe ich nur so einen Lack, Freunde. Genau deswegen habe ich diesen Lack gerade nur. Genau deswegen. Nicht, weil ich es kann. So, wir sind auf jeden Fall echt gut gestafft. Ich hätte natürlich noch gerne irgendwas, was Bum Bum macht. So, die Frage ist, bleiben wir erstmal hier? Ich würde sagen, schon, ne? Ja. Wir bleiben erstmal hier. Wir looten hier mal ein bisschen. Holen wir noch ein bisschen Stuff ran. Können wir hier rüber gehen. Blaue Pumpe, die ist aber scheiße, die Pumpe. Mal so lange. Weil ich glaube, hier wird nicht viel passieren. Weil wenn hier keiner gelandet ist, wird hier auch keiner so schnell hinkommen. Das war schon immer so. Wird ja immer so bleiben. Hier haben wir noch ein Bigness. Da müssen wir auch mal gerade eins nehmen, sehe ich gerade. Nehmen wir direkt zwei Stück, drauf geschissen. Das wäre totale Verschwendung. Aber es sei mir verziehen. Hier nochmal zwei Stück, um voll zu machen. Das ist auch nochmal ein paar Pfeile. Sehr gut. Nochmal Medi. Da ist eine Scheißpumpe. Perfekt. 24 sind noch ein Game. Aber hier ist auch keiner. Hier ist überhaupt kein Mensch. Ist hier. Okay, jetzt muss ich... Ja, okay. Ist nicht so weit weg. Ich hoffe, hier oben ist noch ein paar Pfeile. Ich bräuchte echt Pfeile. Alter, was liegen hier für Bignisse rum, ey? Das hatte ich auch noch nicht. Sehr gut. 23. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin Pfeil 23. Wie ist dein Pseudonym? Schüsse. Ich weiß noch nicht wo. Irgendwie rechts hier die Ecke. Okay. Oh, yo, 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 yo. And we will. Take me home. Digga, was will er denn jetzt von mir? Scheiß NPC, lass mir mal in Ruhe hier Ach man, diese scheiß NPC, sie kotzen mich ja an, ey Hallo, ich brauch seinen Stuff hier, mein Freund Scheiß NPC, du Ich hab jetzt keinen Bock hier für so einen NPC meine Scheiße zu verballern, ey Alter, ich treff ihn einfach nicht Digga Ist das schwieriger mit dem als mit einem normalen Spieler, ey Ja, genau, ey Alter, von wem wirst du denn gerade gespielt? Vom Ninja, oder was? Digga, was ist denn mit dir verkehrt? Was hast du denn für nen Aim? Ist doch nicht sein Ernst, ey Ja, genau Alter, was ist denn mit ihm verkehrt? Was sind das denn jetzt auf einmal für NPCs im Spiel, bitte? Was ist denn da verkehrt? Alter Ich glaub es hackt Was hast du denn für nen Aim? Naja, jetzt kommt der mir auch noch hinterher wahrscheinlich, wa? So ein Ding, oder? Ne, ich seh ihn nicht mehr Gut, wir sind auf jeden Fall wieder in der Zone Jetzt müssen wir gucken hier wegen richtigen Spielern, die wahrscheinlich nicht so gutes aim haben wie der Bot Äh, aim, Entschuldigung Kleiner Sprachhäuber So, Top 10 gleich So, ich bin mittendrin Was war das jetzt bitte für ne Anzeige? Dahinten wird gebaut Weiß noch nicht, warum er sich da einfach ne Wand hinbaut Was soll das? Was machst du da? Was tust du da? Was machst du da? Was tust du da? Was will er da? Häh? Warum macht er diese? Okay, da wird sich ein bisschen gebettelt Machen wir nochmal ein kleines Schnibili-Buh Ach Gott, er ist auch wieder ein Bob der Baumeister Da, da, toll So, einen haben wir Und der andere Ich mag diese Baumeister immer nicht Was soll die Scheiße hier immer? Ich kann das nicht Guckt euch das mal an hier Das ist mein Ja, moin Okay, gut, alles klar Ich bin weg Ah, von allen Seiten Ich bin hier komplett eingenistet Ja, da Ja, da Ich bin da Ja, da Ja, ich bin hier Und ich bin da Ja, da